Hallo und herzlich willkommen zurück bei Little Nightmares 2. Ähm, ja, ich weiß überhaupt nichts mehr von der Steuerung, aber wir spielen mal weiter. Spiel beginnt mit Control, oder hab ich das schon gesagt? Weiß ich gar nicht, ne? Äh, ja, wir spielen mal weiter. Bäm, was für ein Kop-Drop? So, wir nehmen mal das Hämmerchen mit. Wofür gibt es nicht noch einen Falle? Wäre ja nicht so toll. Aber wir nehmen mal einfach mal mit zur Sicherheit. Bäm. Open Kop-Trop. Wah. Ich trage übrigens eine Mütze. Ganz faul war meine Haare. Bäm. Na, ich hab doch Rüts gedrückt. Ich hab A gedrückt, du. Kack-Pratze. Ich hab's doch gedrückt, aber wie schnell war denn der da? Ich hab's doch... Boah, ey, wie kann man denn in dem Spiel so hart verkacken wie ich? Das gibt's doch gar nicht. Das ist nicht möglich. Das ist ein schlechter Witz, ey. Ich hab doch gedrückt. Das ist doch bescheuert. Bis dahin war der andere schon da. Wie soll denn das funktionieren? Hä? Das ist doch bescheuert. Ja, bleib los. Erhol aus und dann... Ach, das Kommen, ey. Ich weiß schon genau, warum ich das Spiel gerade zwei Tage nicht angefasst hab. Weil's mir einfach so dermaßen auf den Sack geht. Schon wieder in der ersten... Ich hab in der ersten Folge schon wieder richtig schlechte Laune, Alter. Schwör, ich probier's jetzt noch zweimal und dann bin ich die Aufnahme und dann könnt ihr mich alle im Arsch lecken. Ganz ehrlich. Ich hab da keinen Bock. Meine Zeit mit dem Müll da zu verschwenden, ey. Ich hab da keinen Müll da zu verschwenden, ey. Was soll ich denn dazu noch sagen? Was soll ich denn da sein? Oh! Oh! Nein! Okay, wir haben Six wieder. Schön. Ich muss mich gerade noch abreden von gerade. So. Bin ich wieder da. Mhm. Ein Klavier, das können wir ja noch vom letzten Mal. Okay. Okay, dann drehen wir mal an dem Hebelchen. Okay. Okay. Oh! 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 Irgendwas knusst. Fährt hier. Wunderbar. Das war ja easy. Ich sag lieber nichts. Ich reiß mein Maul nicht nur mal auf. Ich krieg immer auf den Sack. Nee. Okay. Okay. Be your minds. Okay. Hey. 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 Auf einmal so Und dann Fuß getrappelt Und der kommt rausgelaufen Der, die, das Keine Ahnung wer da Klavitiert Ich denke wir werden das herausfinden Obwohl ich das eigentlich gar nicht will Es ist die Oma Die Klavier Oma Oh je Oh je Okay, während sie wahrscheinlich aufschreibt Dürfen wahrscheinlich nichts machen Ja, sie muss fertig spülen Kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötzl-kötz Ich hätte gern einen Quick-Safe! Ich lasse ihn aber fertig spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 He 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 Schiep! Schiep! Die Oma kommt! Oh Gott! Alter, was war das denn? Buhuhuhuhu! Ist die widerlich, die alte Schachtel! Ist die ekelhaft! Bah! Brrr! Ah, der kriegt direkt den I! Ah! Buh! Buh! Alter! Buh! Nee! Buh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020